16 Leben haben wir wieder. Das hört sich auch ganz gut an. So, da kam ich raus, oder? Ja, genau. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ein Zwischenspeicher. Nehmen wir mit. Ja, den kriegen wir ja locker lässig. 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 So. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Aha. Aha, aha. Ich habe aber nicht mehr so viel geile Zeit, also... Alter, wie riesig das hier ist! Oh, das ist so... Ich muss unbedingt... ... 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 Okay, Endboss, wer bist du denn? Toll. Oh, ich hatte keinen Zwischenspeicher, ne? Oder? Doch! Das ist gut. Ähm, ich weiß nicht, wer zu bestangen muss. Woops, Soldat. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall das Feuerding sie holen nehmen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir den Schatz nicht nochmal holen müssen. Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon mal irgendwie das Problem, dass ich gedacht habe, ne, da will ich nicht hin. Ähm, dass ich gedacht habe, dass der dann weg wäre. Aber die gehen ja nur weg, wenn man Game Over geht. Wenn man den einmal geholt hat, schätze ich mal. Ähm. Nee. Okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Fuck. Ey, ich muss unbedingt das Feuerteil behalten. Ach. Eine Stunde 36. Ähm. Ich sag mal so, wenn ich das Level jetzt gleich hier geschafft habe, dann ist es aber auch mal gut dann. Gucken wir uns vielleicht noch das nächste Level, das erste Level von der nächsten Welt an. Aber dann ist es auch gut. Und so. Ähm. Das eine. Das eine. Schätzchen da. Machen wir dann beim nächsten Mal. Machen wir mal. Ja, schreit mal in die Drecksplage, ey. Join die mal. Wir haben damals nicht so rum geschrien. Noch nicht so nervig. Konzentration. Mann. Ich muss auf die Drau springen, um bei dem Ding auf dem Kopf zu landen. Ich weiß, wie das funktioniert, aber ich kann es nicht machen, weil ich irgendwie zu unfähig dafür bin oder so. Immer dieser Weg dahin, ne? Das ist nicht schön. Das ist auch so lame. Und dann in den dummen Baum hier hochkraxeln, der irgendwie mitten in der Luft anfängt. Und ich drück nach oben. So. Mann. Ich hab Angst. Mann. Ich bin da fucking mal drauf gelandet. Nur weil... Mann, ich brauch das Feuerteil. Oh mein, es kommt diese scheiß Karre wieder, ne? Ja, ja. Bei euch so. Ach ja, ich dachte, ich wäre jetzt direkt beim Endboss. Ne, natürlich nicht. Warum auch? So. Ob das jetzt ercheatet war, sei ich mal dahin... Sei jetzt mal dahingestellt. Ähm. Ich fand's ganz gut. Ging schnell. Und wir haben viel Geld. Über 1800 jetzt, oder? Ja. Schön. Tsch, tsch, tsch. Kann ich zurück, oder was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Gucken wir mal, grad hier in das Level rein. Toll. Ja, das war mir klar. Ich rush jetzt hier nur schnell durch. Wann komm ich denn da nicht hin? Doch, jetzt. Äh, weil ich eigentlich nur wissen will, ob ich wieder zurückkomme. Oh, gehen wir hier unten lang, komm. Hab's hier noch irgendwas? Nö. Es war so klar, dass das kommt. Oh ja, oh ja. Das ist bestimmt ein Zwischenspeicher. Komischer Zwischenspeicher. Aber na gut. Äh, äh. Uh. Hier bleib ich jetzt stehen. Äh. Fliegelding, ich nehme mal direkt mit. Weil besser als mein jetziges. Das ist das Ding auch immer respawn, ne? Unfassbar. Nimm mal ja alles mit. Alles, was wir kriegen können. Na gut. Was das jetzt hier auch immer sein sollte. Keine Ahnung. Ach, komm jetzt zurück, komm jetzt zurück. Bitte lass uns zurückkommen. Bestimmt mit diesem Ding da. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Das war's für heute, würde ich sagen. Ähm. Hat zum Ende hin auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hab ich schon eine Stunde 45 aufgenommen. Das ist mein Rekord für dieses Let's Play. Ähm. Ja gut. Äh. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.